Ja, weiß ich schon, dass Dornos kann. Wenn wir da gar nicht weiterkommen. Wenn ich das hässlich. Wenn die Fähigkeit einmal benutzt hat, warum muss ich mir jedes Mal neu erklären? Weil sie ihre Möglichkeit dazu ergibt. Tyro. Der Iceman. Reicht den hier irgendwie? Achso. Ich muss einfach mit Iceman gegen... Und den kann ich jetzt auch immer aussteuern. Iceman. Ach. Ach. Ich habe das. Ich habe das schon jemand gegen Dugganaut. Bei dem können wir jetzt wahrscheinlich den anderen auch kontrollieren. Achso, ich kann Iceman ja. Ach. Ach. Mann. Lass mich in Ruhe. Achso. Achso, ich habe das schon gefordert. Achso. Achso, ich habe das schon gefordert. Achso. 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 Das sind ja wahrscheinlich... Easy? Nein, erscheint nicht. Wahrscheinlich kann sie wirklich nur schweben, nicht fliegen, ja. Und keiner von denen fliegen kann. Müssen wir hier weiterkommen, wo keiner von denen fliegen kann. Das ist doch schon noch nicht. Nee, noch nicht. Achso. Hey, so ist der Handy. Was ich hier mal halten kann. Bleibst nicht ganz, also brauchen wir hier unten, aber ob ich ihn jetzt retten kann, weiß ich nicht. Wahrscheinlich jemand, ne. Aber dafür braucht es nur, weil... ... wenn man sich die da drin... Ja. Warum sollte ich das wieder zum Schmelzen bringen? So, gerade ist ein Zünder. Oh Gott. Der hat mir Treppe aus Liga Ost mit Eisbembau und mir erzählt wird... Oh, du kannst doch so ein Schmelzen trinken mit einem... ...Fire-Charakter. Ja, und so komme ich hier auch mal. Ja. Doof, dass Wolverine gerade nicht da ist. Die könnten wir echt gut... ...laufen. Das ist cool, dass er wirklich so schlittert. Aber dann... ... ich muss das erst wegmachen. Und jetzt kannst du... ... den Weg hier... ... durchschneiden. Wenn du mal... ... wo du es da noch schneiden würdest... Hallo! Junge! ... Ich stehe noch auf meinem Weg hier, ne? Die stehen noch auf dem Weg hier, ne? ... da schneidest du da oben lang, ne? Was schneidest du? Alter! Junge! Läufst du hin? Du bist da einmal lang. Was machst du für eine Scheiße? Jetzt! Meine Güte. Ja, ich rette sie doch. Ja, ich rette sie doch. Danke. Weg mit dir! Weg mit dir! Weg mit dir! Komm, schieb den mal da rein. Und das nicht mal, indem wir ihn tätigen. So, und wir werden sie jetzt hier draufstellen. Dann springen wir da rein, oder? Und dann gibt's einen Fluchttonnel. Die Bösewichte, wiss ich? Oh. Wenn ihr den Eserag nicht rausrückt, wird euer wertvolles Zuhause zerstört werden. Ach, hier oben. Da ist doch gleich zu Hause. Oh, ich ziehe gerne vorführen. Das ist doch so schön zusammen. Ah, ich komme jetzt hier. Das ist neu. Ich komme jetzt noch. Ich bin jetzt nicht noch. Ich bin jetzt noch. Ich bin jetzt noch. aber scheint damit alle noch umkommen jetzt noch mehr sie wieder sie haut jetzt mit die chineser und sie die schöne zusammen Ich wollte schon sagen, wir öffnen uns noch die Tür, aber nein. Die muss noch freigebrannt werden. Scheiße, weg. Sorry. Wer war her denn? Achso. Die Studenten sind in Sicherheit. Ihr müsst Magneto aufhalten. Mhm. Wir sind zu langsam. Es muss einen schnelleren Weg gegen ihn abzufangen. Okay. Los, Ikami. Wir können den Geheimgang benutzen. So. Wo kann ich denn... Nein, kann ich nicht. Na. Wo willst du denn einfach... So, warte. Ich bin hier. Wo läufst du hin, Mädels? Genau so. Ich bin hier. Wo läuft der Boi hin? Ist er doch nicht doof oder so. Ist er doch nicht doof oder so. Psch. Wir haben jeden Kämpfer eigentlich jetzt. So, wie haben wir hier rausgefunden. Jetzt sind wir schon wieder hier am Anfang. Ich war immer im Kreis genommen. Ich war immer im Kreis genommen. Ich bin hier... Und wir... ...und wir... ...hau. Hörst du... Bitte mal landen, Mädel. Danke. Ist ja nervig. 100% Ja, kann aber auch auswählen Oh, jetzt sind wir mal schön zusammen Oh, der Statue Ne, ich glaube da fehlt noch was Ich glaube da auch noch zusammen Zweiter Statue Achso, ah jetzt sehe ich wo Ich habe ja doch nichts Braucht zwei Okay Und jetzt Das war also mit dem Kamin gemeint Diese unnötig Lange Kantanimation Aber einfach zu klommen Und rein mit dem Strom Natürlich wusste ich davon auch wieder Und jetzt